Sie sehen, ich hatte Besuch heute von oder habe Besuch von den Kollegen aus den ostdeutschen kohleabbauenden Bundesländern. Thema des Gesprächs und Hintergrund des Besuchs war, dass der Koalitionsvertrag ja vorsieht, den Kohleausstieg nach Möglichkeit. Idealerweise ist die inzwischen legendär gewordene Formulierung bis 2030 vorzunehmen. Das bedeutet, und dessen bin ich mir vollumfänglich bewusst, möglicherweise für die betroffenen Regionen noch mal eine weitere Zumutung. Ich habe deutlich gemacht, dass die Versorgungssicherheit gewährt sein muss, dass das völlig außer Frage steht. Sollte es gelingen, und ich gehe davon aus, dass da jedenfalls einiges noch möglich ist, die über das bestehende Gesetz, das ja noch sehr jung ist, vereinbarten, Zeitzahlen nach vorne zu schieben, bedeutet das selbstverständlich auch, dass auch die Maßnahmen zur Stärkung der Region nach vorne geschoben werden müssen. Das heißt also, den Aufbau von neuen Arbeitsplätzen, den, so sagt man ja immer politisch und nennt es Strukturwandel, aber in Wahrheit ist es ja ein Verlust von Arbeitsplätzen auf der einen Seite und ein Aufbau von Arbeitsplätzen auf der anderen Seite, dass man das mit großer Kraft und großer Macht angeht. Alleine für den Bund kann ich sagen, dass seitdem das Gesetz, das Strukturstärkungsgesetz erlassen wurde, in 2020 200 Projekte schon identifiziert wurden, aber sie müssen dann eben auch umgesetzt werden. Wir sind also schlau beraten, wenn die Arbeitsplätze, die neuen Arbeitsplätze da sind, bevor die alten dann wegfallen würden. Und entsprechend heißt es dann auch, dass der Bund die finanziellen Zusagen, die Pflichten, die er sich auferlegt hat mit Blick auf das Jahr 2038, dann zu den Jahren, die wir dann vereinen waren, idealerweise 2038 erfüllen muss. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass im jetzigen Rahmen diese Ziele, nämlich das Ziel 2030 zu erreichen, nicht möglich ist. Und da hat der Habeck zu Recht darauf hingewiesen, dass er vorbereitet, ein gesetztes Paket, was zu Planungsbeschleunigung und Beschleunigung auch an vielen Stellen von Umsetzung infrastruktureller Maßnahmen führen könnte. Darauf sind wir gespannt, weil in dem jetzigen Rahmen, da sind wir uns alle einig, bestimmte sehr nach vorne gezogene Termine nicht möglich sind. Wir in Brandenburg haben gute Erfahrungen gemacht im Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben pro Kopf und pro Fläche, pro Hektar die höchste Erzeugung erneuerbarer Energien. Aber wir wissen auch, dass momentan die Genehmigungsverfahren auch in diesem Bereich noch viel zu lang dauern. Also wir brauchen da für eine Windkraftanlage irgendwo zwischen fünf und sieben Jahren. Das ist deutlich zu lange. Deswegen ist es notwendig, dass auch in diesem Jahr nicht nur entsprechend die wissenschaftlich-technische Machbarkeit eines Kohleausstiegs in 2030 geprüft wird, sondern dass vor allen Dingen geprüft wird, wie können wir schneller beim Ausbau der Erneuerbaren vorankommen, wie können wir schneller Stromtrassen bauen und wie können wir schneller auch die Transformation in der Industrie voranbringen. Wenn wir bei den Zeiten bleiben, die wir jetzt haben, wird es nicht möglich sein, diese Ziele zu erreichen. Beim Atomausstieg und auch bei der Frage, wie es mit der Kohleverstromung in Deutschland weitergehen soll, hat die frühere Bundesregierung einen breiten Ansatz gewählt. Gesellschaftliche Gruppen beteiligt, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die Wirtschaft, die Umweltverbände und gemeinsam einen Kompromiss erzielt. Ziel war, einen großen Konflikt zu klären und damit zu einer Befriedung zu führen. Jetzt hat diese neue Bundesregierung diesen Kompromiss ein Stück weit aufgekündigt, wird es anders machen. Wir werden sehen, was daraus wird. Am Ende ist eins klar, und das war ja auch Ziel dieses Gesprächs, es darf nicht einseitig zu Lasten einer dieser Gruppen geben, weder der Arbeitnehmer, noch der Wirtschaft, noch der Regionen. Es muss am Ende wieder gelingen, egal was dabei hinten rauskommt, dass dieser Konflikt befriedet ist und alle damit leben können. Denn es geht darum, effizient das Geld des Bundes, der Länder einzusetzen, dass wirklich neue Arbeitsplätze entstehen können. Natürlich auch soziale Infrastruktur, aber das A und O sind neue Arbeitsplätze und viele der Kriterien, die in den Gesetzen drinstehen, sind nicht geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Hier braucht es eine Nachsteuerung, hier braucht es einen Verbündeten in der Bundesregierung. Ich glaube, wir haben ihn in dem Vizekanzler gefunden. Vielen Dank. Vielen Dank.